Deutschland braucht mehr Tempo bei der digitalen Agenda. Die Breitbandversorgung im ländlichen Raum hinkt jener in den Städten deutlich hinterher. Das ist ein Problem. Denn rund 70 Prozent aller Industriearbeitsplätze befinden sich auf dem Land. Deutschland liegt bei der Internetgeschwindigkeit in Europa auf Platz 15 von 31 Nationen. Hinter Rumänien, Bulgarien und Spanien. Die durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt lediglich rund 15 Megabit pro Sekunde. Das ist viel zu wenig. Wir wollen die Digitalisierung mitgestalten. Zur Bundestagswahl haben wir deshalb dieses und andere Politikfelder aus Sicht der deutschen Industrie analysiert und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Dies ist unser Beitrag zur Neujustierung der politischen Agenda mit Fakten und fundierten Argumenten als Wirtschaftserklärer, als Stimme der Industrie.